Der KY040 Rotariencoder ist ein vielseitiges Modul, das in vielen Projekten zur Eingabe von Drehbewegungen verwendet wird. Im Gegensatz zu einem Potentiometer, das analoge Werte liefert, erzeugt der KY40 digitale Signale, die die Drehrichtung und die Anzahl der Schritte erfassen können. Zusätzlich besitzt das Modul eine integrierte Drucktaste, die durch Drücken der Encoderachse aktiviert wird. Diese Kombination macht den KY40 ideal für Anwendungen wie Menünavigation, Lautstärkenregelung und vieles, vieles mehr. Mit einer einfacher Verbindung zu Mikrocontrollern, wie z.B. den Arduino oder den ESBs, ist er leicht in Projekte zu integrieren. Es gibt zwei Arten von Drehgebern, absolute und inkrementale. Ein Absolutdrehgeber zeigt uns die genaue Position des Knopfes in Grad an, während ein inkrementeller Drehgeber zählt, wie viele Schritte sich die Welle bewegt hat. Der KY40 gehört zur zweiten Kategorie, also zu den inkrementellen Drehgebern. Mit ihm können wir Drehbewegungen einfach und präzise erfassen. Sehen wir uns jetzt das Pinout an. Das KY40 Rotary Encoder Modul verfügt über fünf Pins. Wir haben hier Ground und VCC, diese dienen der Spannungsversorgung. Über den Pin SW können wir das Signal des integrierten Drucktasters auslesen. Wenn der Taster gedrückt wird, ist das Signal low. Die Pins DD, was am Output B angehängt ist, und Clock, was am Output A hängt, liefern die Signale, mit denen wir die Drehrichtung und Schritte des Encoders bestimmen können. Auf der Rückseite des Moduls sind bereits 10 Kiloohm Pull-Up Widerstände verlötet. Diese sorgen dafür, dass der Microcontroller bei offenen Kontakten ein stabiles digitales High-Signal erkennt. Sehen wir uns jetzt an, wie der Encoder funktioniert. Im Encoder ist eine Scheibe mit Löchern montiert, die mit einem gemeinsamen Crown verbunden ist. Zusätzlich gibt es zwei Kontakt-Pins, den Clock-Pin und den TT-Pin. Der TT-Pin folgt dem Clock-Pin mit einer Phasenverschiebung von 90 Grad. Das wird als Quadratur-Kodierung bezeichnet. Zur besseren Übersicht sind im nachfolgenden Beispiel nicht alle 30 Positionen dargestellt, die der Encoder normalerweise verbaut hat. Sehen wir uns jetzt ein Beispiel an, mit einer Drehung nach rechts. Wenn wir den Encoder nach rechts drehen, wird zunächst der Clock-Pin auf das Ground-Potential gezogen, gefolgt vom TT-Pin. Anhand dieser Abfolge können wir eindeutig erkennen, dass die Drehung nach rechts erfolgt ist. Hier sehen wir den Chart vom Output A und Output B mit einer Phasenverschiebung von 90 Grad. Im nächsten Beispiel machen wir eine Links-Drehung. Und hier wird zunächst der TT-Pin auf das Ground-Potential gezogen, gefolgt vom Clock-Pin. Und anhand dieser Abfolge können wir wieder eindeutig erkennen, dass die Drehung nach links erfolgt ist. Zur Veranschaulichung habe ich jeweils eine LED angehängt am Clock- und am TT-Pin. Und hier könnt ihr jetzt sehen, wenn wir nach rechts oder nach links drehen, dass die beiden LEDs nacheinander zu leuchten beginnen. Wer tiefer in die Elektronik und Heimautomation einsteigen möchte, den kann ich hier dieses E-Book empfehlen. Dieses Buch wird ständig weiter aktualisiert und ihr könnt euch alle zukünftigen Updates kostenlos herunterladen. Mit dem Kauf unterstützt ihr Edis Tech Lab und ich möchte mich jetzt schon recht herzlich bei euch dafür bedanken. And good news for all the English-speaking folks, this book is also available now in English. Der Ausgang am Encoder ist ein 2-Bit-Gray-Code und diesen sehen wir uns jetzt an. Der 2-Bit-Gray-Code ist eine spezielle Art von binärer Kodierung, bei der sich benachbarte Zahlen nur in einen einzigen Bit unterscheiden. Diese Eigenschaft minimiert Übergangsfehler, was in Anwendung bei Rotary-Encodern oder digitalen Schaltungen wichtig ist. Grey-Codes können als zyklisch betrachtet werden. Die letzte Zahl kann ohne Probleme zur ersten zurückgeführt werden. Sehen wir uns jetzt an, wie man so einen Grey-Code erzeugen kann. Für die Umwandlung von einem Binärwert in den Grey-Code gibt es eine einfache Regel und zum besseren Verständnis sehen wir uns auch den 3-Bit-Gray-Code an. Das höchstwertige Bit, auch Most Significant Bit, im Binärwert bleibt gleich. Es ist das Bit ganz links und hat den größten Einfluss auf den Gesamtwert der Zahl. Alle weiteren Bits werden gebildet, indem ihr jeweils das vorherige und das aktuelle Bit im Binärwert miteinander exklusiv oder XOR verknüpft. Hier am Beispiel für das Binäre 110. Also das Most Significant Bit bleibt 1 und unberührt. Das erste und zweite Bit ist jeweils 1, was uns eine 0 ergibt. Danach haben wir die Binären Bits 1 und 0 und das ergibt uns die 1. Und somit ist das Ergebnis im Grey-Code ins 0,1. Hier habt ihr noch einmal Tabellen für den 2-Bit-Gray-Code, aber auch für den 3-Bit-Gray-Code. Und hier könnt ihr nochmal versuchen, die Berechnungen für den Grey-Code selbst zu machen. Jetzt aber genug von der Theorie, lasst uns ans praktische Beispiel gehen. Wir verbinden den VCC-Bin des Encoders mit 3V3 am WMOS D1 Mini und Ground mit dem Ground-Bin. Den Taster-Bin SW schließen wir an den WMOS-Bin D5 an, während der DD-Bin auf D7 und das Glock-Signal auf D6 gelegt wird. Damit ist die Verkabelung schon abgeschlossen und auch der dazugehörige Source-Code ist leicht verständlich. Wir beginnen mit der Festlegung der Pins und der Definition der benötigten Variablen. Im Setup legen wir die Bautrate für den Serial-Monitor fest und definieren die Pins als Input. In der Funktion Loop prüfen wir zunächst, ob sich das Glock-Signal geändert hat. Falls ja, wurde der Encoder gedreht und wir überprüfen die Drehrichtung. Wir lesen den DD-Bin aus und wenn der Zustand nicht mit dem Glock-Signal übereinstimmt, dreht der Encoder vorwärts, also im Uhrzeigersinn und der Zähler wird um 1 erhöht. Andernfalls dreht der Encoder rückwärts und der Zähler verringert sich um 1. Anschließend lesen wir den Zustand des Tasters und speichern ihn in die Variable Reading. Wenn sich der Zustand geändert hat, wurde der Taster betätigt oder losgelassen. Zur Vermeidung von Fehllesungen führen wir eine Embrellung durch, die überprüft, ob die Zeit seit der letzten Zustandsänderung, die in der Variable Last-Debounce-Time steht, größer als die Embrell-Verzögerung, die wir in der Debounce-Delay-Variable mit 50 Millisekunden gespeichert haben. Nur wenn diese Bedienung erfüllt ist, wird der Taster-Zustand als stabil betrachtet und bei einem Low-Signal als Tastendruck erkannt. Eine Nachricht wird im Serial-Monitor ausgegeben und der Last-Button-State wird mit dem aktuellen Zustand aktualisiert. Ich hoffe, ich konnte euch den Rotary-Encoder KY40 verständlich erklären und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir jetzt bitte einen Daumen hoch und abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Wenn ihr jetzt noch mehr über den richtigen Umgang mit Tastern am Mikrocontroller lernen möchtet, dann kann ich euch hier dieses Video empfehlen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Edi